ich war live gewesen bei instagram dienstag abend und ich habe diese wunderschöne palette getestet bei instagram und ich finde die farben richtig richtig schön und so sieht das endergebnis aus und habe dazu diesen nippenstift benutzt so sehen die augen aus es gefällt mir richtig richtig gut schaut kommen ein bisschen näher es ist richtig richtig schön geworden ja 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 einen wunderschönen guten abend ihr lieben schön dass ihr wieder dabei seid ich war jetzt live gewesen bei instagram montags abends um 20.15 habe ich coole nägel gemacht schaut mal richtig richtig hübsch geworden sie gefallen richtig gut dazu habe ich diesen wunderschönen nagellack benutzt und dazu diesen klitzer schön bunt und jetzt zu diesem wunderschönen klitzer benutzt und das gefällt mir richtig richtig gut und wir sehen uns wie wie Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018